Musik Es war sehr gut organisiert und es war auch sehr schön, man konnte viele Gespräche führen. Also bis jetzt ist es eigentlich ganz spannend, denn die Bedienung und so weiter war alles nett. Die kostenlosen Getränke, das Essen, das ist eigentlich eine relativ angenehme Atmosphäre hier. Und es macht auch überaus Spaß hier mit den Firmen und so weiter zu sprechen und sich auch zu informieren. Also es ist ein sehr gutes und schönes Erlebnis hier zu sein. Die ganzen Leute, die man kennenlernt, die ganzen Berufe auch. So einen ganz kleinen Einblick drin, was es überhaupt alles gibt hier an Berufen. Ja, kommt die ganz gut. Ja, ich auch. Ich habe mehr über Berufe gelernt, ich habe auch viele Berufe, also bei vielen Ständen, habe ich gefragt, was in diesen Berufen vorkommt. Es gab ja diese Trikots mit den Karten, da konnte man seine Telefonnummer und E-Mail-Adresse hinschreiben. Und dann haben wir das halt ausgetauscht. Ich habe schon meinen Zettel, den ersten komplett ausgefüllt und habe mich auch schon in verschiedenen Bereichen informiert. Zum Beispiel in der Bank, bei der Bundeswehr oder auch zum Beispiel Kfz-Mechatroniker oder so etwas. Es gab eigentlich ganz viele Angebote hier. Ja, ich habe auch schon ein Praktikum gelernt. Ich habe ein Praktikum bei BMW gelernt und da ich mich für Autos interessiere, finde ich es perfekt. Das war am meisten, da war es bei der IKK Classic. Das war ein sehr angenehmes Gespräch und dort habe ich auch relativ viele Informationen bekommen über Ausbildungsplätze, über die Ausbildung dort Leute, über auch Gehälter zum Beispiel, was ich auch sehr entschaunisch fand. Eigentlich alles. Alles hat euch begeistert. Ja, wir haben Kontakte knüpfen können und haben auch Menschen neu kennenlernen können. Für mich hat das Bankkaufmann interessiert. Also bin ich direkt zum Bestand von der Sparkasse gegangen. Ich habe dann direkt nachgefragt, wie viel man verdient und so. Die Loro beispielsweise, also eine Logistikfirma oder auch die Max, dort als Management oder so auch mal zurück mit sich zu arbeiten. Hast du denn auch schon ein paar Kontakte ausgetauscht? Ja, also ich habe schon mit sechs Firmen gesprochen und mich dann halt mit zwei relativ gut kennengelernt.